Dieses Immobilienvideo wird Ihnen präsentiert von Horn Immobilien, Ihrem Videomakler für die Region Neubrandenburg, Dermin, Müritz, Mecklenburg-Strelitz und Uecker-Rando. In Löcknitz im Landkreis Vorpammern-Greifswald steht dieses schöne Hotelanwesen in ruhiger Stadtrandlage direkt am großen Löcknitzer See zum Verkauf. Das umfangreich umgebaute, sanierte und modernisierte Hotel kann nicht nur mit seiner beeindruckenden Lage punkten. Auch die neun exklusiven im Vollholz-Design eingerichteten Zimmer lassen keine Wünsche offen. Telefon, TV und Dusche sind Standard und wer in einem der Giebelzimmer, liebevoll Blaue Lagune genannt, übernachtet, hat den traumhaften Blick auf den Löcknitzer See inklusive. Geschmackvoll präsentiert sich auch das Restaurant. 70 Plätze stehen den Gästen zur Verfügung, die in angenehmer Atmosphäre, Pommersche und überregionale Küche genießen können. 70 Plätze stehen den Gästen zur Verfügung, die in angenehmer Atmosphäre, Pommersche und überregionale Küche genießen können. Im Sommer lädt die Seeterrasse mit 30 Plätzen zu Eis, Kaffee und Kuchen ein. Von hier haben sie einen wundervollen Blick über den See und die direkt angrenzende Badeanstalt. Sie sehen den See, den Strand und die Wiese mit vielen Bänken. Im Sommer tummeln sich hier jung und alt. Hier kann man das Leben genießen und merkt, dass es in Löcknitz viele junge Menschen gibt. In idyllischer Lage bietet der Biergarten circa 50 Gästen Platz. Natürlich wieder mit schönem Blick auf den See. Die Räumlichkeiten des Hotels eignen sich bestens für Familienfeiern, Tagungen, Seminare, Firmenveranstaltungen, Reisegruppen oder einfach mal zur Entspannung. Die charmante Gemeinde Löcknitz bietet neben sämtlichen Schultypen auch ein deutsch-polnisches Gymnasium. In den Sommermonaten kommen viele Großstädter, unter anderem aus Stettin, gern an den Löcknitzer See. Ob zum Baden, Angeln oder einer schönen Fahrt mit dem Ruderboot. Freizeitmöglichkeiten gibt es hier jede Menge. Und direkt am Puls dieser vielen Möglichkeiten wartet dieses schöne Hotel auf seinen neuen Besitzer. Ein Objekt mit viel Charme und Potenzial, das mit kompletter Inneneinrichtung zu erwerben ist. Mehr Informationen zu dieser Immobilie gibt es bei der Firma Horn Immobilien. Dieses Immobilienvideo wurde Ihnen präsentiert von Horn Immobilien, Ihrem Videomakler für die Regionen Neubrandenburg, Demmin, Müritz, Mecklenburg-Strelitz und Yka Rando. Untertitelung des ZDF, 2020